Und ich weiß, dass Ihr, und Ihr schreibt, dass Ihr Mitsprach ist, nicht kein Religieser. Absolut, ja. Sie sind irgendwann gegen Religie? Was ist die Beziehung mit den frühen Jäden in Wilma? Ja, es ist sehr paradoxal und verschiedenfach, weil in einem allgemeinen Zusammenhang hat mir gehalten, ich nicht den Ausdruck mir umgehalten, versteht sich, ein Kind hält keine Sache nicht. Ein Kind weiß, was der richtige Entfernung ist auf gewisse Fragen. Als ich sage, mir umgehalten, heißt, als ich habe gewusst, dass die Erwachsene in meinem Spruch wurden gegeben dem Entfer. Ja. Mir umgehalten, als Religie ist ein verhälteter Begriff. Als einmal seine Menschen gewöhnt, ob er sein gewöhnt, der war, wo sie haben kein wissenschaftlichen Begriff von der Welt. Und sie haben gemeint, dass er eine Blitzbarteit Gottes in Kassel muss. Aber heute wissen wir, dass er eine Blitzbarteit erlägt. Und als Tag und Nacht kommt von dem, was die Erde dreht, herum Irak. Ob er eben so bei mir fragen, was heißt das, das Drehtsache, herum Irak? In den Wolken, das wollte ich keine Ahnung nicht hören. Aber er hat meine Sprache gehalten. Aber das heißt nicht, das bedeutet nicht, dass er eine Verachtung von frühen Menschen hat. Das nicht. Man hat Mitleid mit frühen Menschen, weil sie als sehr zurückgestanden sind in seinem Verstand. Das ist die erste Sache, was paradoxal ist. Und die zweite Sache ist, in der jüdischen Geschichte, was wir lernen, und noch mehr in der jüdischen Literatur, was wir lernen, in dem Rohr von Sachen, was wir lernen, redet Sachen wegen frühen Menschen. Und der Paradox besteht in dem, was die Lehrer, was lernen mit uns Literatur, sagen nicht, dass das einen gewähren Ohren mit frühen Menschen, was verstehen mit Wissenschaft. Zu dem, was die Schreiber, was schreiben die Literatur, das hoffen sie seinen Weltlach. Aber sie schreiben wegen Menschen, welche sie allein haben größterer Herz. Und als Sache von sie seinen aufgewachsenen Frühen. Das ist die Sache, also unser Zugang zu frühen Menschen ist gewähren, verzweigt auf zwei. Und ich meine, es hat sich gebieten, bis sie mir kommen. Meine Eltern, wir reden wegen meiner Eltern. In Meshach von dem Hohen, es hat sich gebieten, weil es sehr toll ist. Es ist durchsacht mir. Und die Gedanken sind meine. Es ist durchsacht mir, als dem Covid, was mein Taterle Marshal hat angehoben zu füllen, war die Fumiden vor seinen Umgekommen, ist nicht gewähren kleiner, wie war die Weltlache vor seinen Umgekommen.